Servus aus meinem weihnachtlichen Vorzimmer. Der Adventskranz steht, das erste Licht, es brennt. Das Christkind hat mir gestiegen, es fordert Liebe, Glück und Vergebung. Ich fordere allerdings Booster-Impfungen, 2G im Einzelhandel und ich fordere Impfungen, Impfungen für Kinder und die ganze Welt. Da kommt Festtagsstimmung auf. Oh, Festtagsstimmung. Dieses Jahr schmecken die Bratwürsten besonders gut. Ich brauche auch keinen Cent mehr, denn ich bin der Messias der sozial Unterdrückten. Ich bin der perfekte Aufstrich. Ich bin und ich bleibe der perverse Sadist. Fröhliche Weihnachten.